Heut verschenke ich meinen Mann, wer will ihn haben? Er ist ein bisschen abgenutzt, aber immer noch ein Mann. Ich habe ihn noch mal rausgeputzt, er ist zu haben, weil ich ihn jetzt nicht mehr brauchen kann. Und so, so fing das Ende an. Er hat sich auf einmal rar gemacht und sagte, er sei in einer Krise. Doch ich, ich wusste ganz genau, die Krise hieß Lise. Dann zog er zu Elisabeth, doch die, die warf ihn wieder raus. Und dann lag er mit Annegret im Bett, wie nett, bei uns zu Haus. Adieu. Weiß Schatz, hab ich gesagt. Adieu, 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 adieu. Da kam er natürlich wieder angekommen. Doch ich, ich sagte, nö. Heut verschenke ich meinen Mann. Wer will ihn haben? Er ist ein bisschen abgenutzt, aber immer noch ein Mann. Wer ihn will, der darf auch mal mit ihm probeliehen. Ich habe ihn noch mal ausprobiert. Er funktioniert. 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 Vielen Dank.